Der Kreis der Älteren Orschelhagen e.V. Reutlingen hat am Wochenende wieder zu seinem Flohmarkt zum Haus der Begegnung in Reutlingen-Orschelhagen eingeladen. Der Erlös kommt dabei der Seniorenarbeit des Vereins zugute. So hatten die Beteiligten im Vorfeld jede Menge Haushaltswaren, Nippes, Schmuck und Bücher zusammengetragen oder beim Kreis der Älteren abgeliefert. Jeden Mittwoch besteht dazu die Gelegenheit. Die Besucher konnten dann in aller Ruhe in Kisten und Büchern stöbern und dadurch so manchen Schatz zu Tage fördern.